Können wir einen Alkins Draft machen? Ist das ein Shapeshifter? Ist das ein Shapeshifter? Wir haben unseren ersten Cornet. Was hat der? Das ist kein Shapeshifter. Wie sehen Shapeshifter aus? Die sind grün, nicht blau. Was ist das? Weihnachten? Da ist er, Freunde. Egal, Totti Messi kann man auch nehmen. Ist auch ein Shapeshifter. Wir haben einen Shapeshifter. Ist das ein Shapeshifter? Der sollte auch noch gut sein, habe ich gehört. Ich habe versucht, wenig Fehler zu machen. Paske Neuigkeit 91%. Er hat 94%. Ach du Kacke, Mann. Du, Mike, was geht, Junge? Alter, was hast du getan, Mann? Jetzt ohne Scheiß. Ich habe schon gegen so viel Gute gespielt, dass ich so eine Klatsche kriege. Boah, er lässt hier sogar noch Followdown so. Vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Respekt. Ehrlich, Respekt. Digga, wie pfeift der nicht ab? Hey! Die Zeit ist längst rum! Hallo! Ja, Moin, Digga. Alles klar, du... Du ekliges Opfer, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge! Hahaha! Alter, was? Johann einfach. Jetzt ist Peggy's Ronaldo, Jungs. Oh, wer ist es gekommen? Oh mein Gott! Alter! Haha! Wer ist es gekommen, Flo? Oh mein Gott! Aber scheiß drauf an und ist fein! Let's go! Hör auf! Hör auf! Das ist nie im Foul! Das war so geil sauber gegrätscht! Schöner kannst du nicht grätschen! Aber was soll das EA? Guck mal, habt ihr das gesehen? Meine Spieler haben von... Guck mal, er wird Torschießen jetzt, ne? Guck mal, er wird Torschießen, Jungs! Jungs, bitte! Bitte! Applaus, ja! EA! GG! War richtig super, ja! Ups! Jetzt noch mehr lutschen! Gott verdammt! So! Jetzt! Hier muss man was machen! Das erste! Oh, hey! Messi, Messi, bitte Messi! Bitte Messi! Digga, du hast so'n Tisch... Du hast so'n Schöner gezogen! Du... Mästig! F-Festig gezogen! F-Festig gezogen! F-Festig gezogen! Mach's! Max, als ob! Als ob! Ich bin nochmal online jetzt, dann warte ich. Das könnte schon sein. Guck ich jetzt, dass ich mich auch beeil. Das ist ein safest Tor, sag ich euch. Und Bratz! Die Freischuss-Taktik solltet ihr euch mal merken! Seit dem Update habe ich irgendwie das Gefühl, die überlaufen da schneller und du kannst da richtig geil die spielen. So habe ich auch ein Tor zum Beispiel gegen Black Arrow in der VBL gemacht. Oh. Fuck. Arons. Was? Jungs. Es ist Puffer. Sie haben mich gehört. Clip. Clip. Clip, 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 Clip-Designer. Ey, Dustin, guck es dir bitte an. Klasse, nein, du kommst. Oh. 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 Ist das ein Icon? Ich schwöre. Icon. Icon. Italien. ZDM. Icon. 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 Ich schwöre. Bitte. Gattuso. Nein. Was ist das Icon? Was ist das Icon? Ähm. So unter der Woche, weil ich ja eh mal viel im Auto bin. Ähm. Halt Pumps und Grätsch. Bitte was? Bitte was? Das war ein Pass. Bitte. Was? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.